mein erstes shiny war ein shiny wingal das sich dann später zu einem shiny pelipper entwickelte und hallöchen luke willkommen zum stream hallöchen absurdenheit so don't try das ist mit den wurm löchern einfach eine glückssache nein das ist nicht wirklich ein gutes wesen angelic ein scheues wesen wäre auf jeden fall besser und was das wurmloch an angeht einfach halt ein paar lege sagen so dass ein paar weg sind und dann in ein level 3 oder 4 portal gehen dann hast du gute chancen dass in den 3er und 4er portal keine legendären sind sondern mit etwas glück shiny pokémon ja luke ich mache gerade eine pause von reggie steel da ich nach 1600 versuchen bzw 1666 versuchen erst mal eine pause brauche und shiny breiten geht halt doch ein ganzes stück schneller denn da ist die chance bei 1 zu 512 so ein nummer 5 und es ist okay so auch kein shiny und für einen kurzen moment habe ich damit geliebäugelte ein soft reset zu machen was katastrophal gewesen wäre so vielen dank wenn du getimeoutet werden willst luke dann kannst du das gerne versuchen wie gesagt wenn du getimeoutet werden willst kannst du es gerne versuchen aber ansonsten würde ich das eher lassen so jetzt noch zwei eier im gepäck und sobald ich dann 20 eier durch habe werde ich mir mal die richter funktion freischalten damit ich halt dann die flawless kiesling aussortieren kann so ein nummer 8 gratuliere das ist echt lucky so jetzt noch ein ei wobei shiny sichlo nicht wirklich schön aussieht und shiny scherock sieht auch eher angerostet aus wow neun leute neun versuche shiny hype shiny hype leute leute shiny hype in den chat shiny hype shiny hype nach neun versuchen ich bin begeistert und es ist ein weibchen so so sexy mantua ja da muss ich das leider etwas ändern moment dafür habe ich bei meinem registeel derzeit 1666 encounter so was suche ich jetzt aber erstmal muss ich jetzt vielleicht schneide ich das später heraus und mache daraus dann eine reaction mal sehen so so so